Musik Ja, hier an der Mosel ist es schon fast richtig sommerlich und das Mitte April. Aber es soll ja auch bald so richtig losgehen hier an Rhein und Mosel. Hinter mir sehen Sie es, da ist der Stadtstrand. Da wird ordentlich aufgebaut im Moment. Wir besuchen jetzt den Klaus am Stadtstrand und fragen ihn, ob es denn klappt, bis zum 1. Mai. Das alles steht. Da wird gehämmert, gesägt, gebohrt, geschliffen. Wie lange dauert es noch? Was gibt es alles zu tun? Ja, also ich denke, nach den ganzen Problemen letzte Woche werden wir es bis zum 1. Mai auf jeden Fall schaffen. Vorher wird es allerdings schwierig. Was gab es für Probleme? Die Haiattacke zuerst mal. Was? Was für ein Hai? Das könnt ihr auf unserer Facebook-Seite sehen. Wir haben hier einen Hai. Mittlerweile ist er integriert. Wir hatten ein längeres Gespräch mit ihm. Er hat sich nicht adäquat verhalten. Er war sehr aggressiv. Und wir hatten dann einen Workshop gemacht, sodass das in Binnengewässern eigentlich nicht statthaft ist. Und mittlerweile hat er sich hier auch eingewöhnt. Schön. Ja, ein stiller, ruhiger Geselle eigentlich. Und er hilft aber mit? Er ist bemüht, er ist bemüht. Stets bemüht. Stets bemüht, richtig. Was gibt es denn alles zu tun? Was müsst ihr alles machen, damit es dann am 1. Mai losgehen kann? Ja, wir müssen ja schon sehr, sehr viel hier abräumen. Wir haben jetzt den Sand schon zum größten Teil wieder verteilt. Der wird ja hochwassersicher. Muss jetzt alles gemacht werden hier. Und jetzt fangen wir an, die Gehwege zu legen, die Dächer zu bauen. Also wir müssen noch einiges machen. Hervorragend. Gut, mein lieber Klaus, dann viel Erfolg noch und am 1. Mai geht's los. Ja. Ja oder ja? Facebook-Seite im Auge behalten. 1. Mai geht's spätestens los. Da ist also der Hai. Hallo Hai. Der hat jetzt hier gerade welche Aufgabe bekommen? Er sollte den Sand jetzt mal wegschaufeln. Er ist heute morgen um 9 Uhr dran. Ja, er wird jetzt angelernt. Ich denke mal, wir geben es noch nicht auf. Ja, klar. Spricht er haiesch oder wie verständigt er euch? Gar nicht. Gar nicht. Man muss ihm zeigen, was er machen soll und dann macht er es manchmal. Alles klar. Ja. So, ist doch cool, oder? Habe ich schon wieder? So. So. Cool. Also ich finde es gemütlich. Da kann keiner was sagen.